Kinder, es ist Tag 2 des großen Silvester-Countdowns. Wir haben noch 6 Tage bis Silvester. Weiterhin ein Fest, bei dem man nicht genau weiß, ob man sich dieses Jahr freuen darf oder nicht. Wir freuen uns einfach. Das ist wichtig. So, und wir schauen mal nach, was ist im heutigen Countdown-Türchen drin? Ich weiß es nicht. Das ist der Mini-Simulator. 16 Schuss von Leslie. Eine Fontäne. So sieht der von oben aus. Schauen wir uns mal an. Das war der Mini-Simulator aus der 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017